Oh, ich werde auch von beiden Seiten angegriffen, dein Ernst? Okay, einen habe ich! Wo ist der andere? Da! Hey, yo, Fortnite-Freunde! Willkommen zu einem neuen Video hier auf Fortnite. Heute spielen wir mal wieder Fortnite Battle Royale in der neuen Season. Also, das wird auf jeden Fall ziemlich interessant, denn in dieser Season kann man keine Sachen mehr bauen und deshalb bin die ganzen Schwitzer-Kids nicht mehr da. Das ist von Beispiel auch für Leute wie Chris. Das war sehr, sehr, sehr gut. Vergesst nicht, meinen Creator-Code MikePiSusam unten abzuchecken und damit eure coolen, coolen Skins zu kaufen. Wie zum Beispiel meinen neuen coolen Skin, diesen Kaugummi-Dude. Keine Ahnung, ich meine das ziemlich cool. Und ja, wir fangen an. So, und da fängt unser Match auch schon an. Ja, würde ich sagen, ich bin noch nicht so krass erfahren in diesem Spiel, aber ich denke, das Wichtigste ist, erst mal mich ein bisschen umzugucken und ja, zu gucken, ob wir hier zum Beispiel irgendwas Guelles finden. Okay, ist jetzt nicht so besonders gut gewesen, aber gucken wir uns mal um. Ich habe ein paar Tipps von euch bekommen und ja, ich versuche jetzt ein bisschen noch anzuwenden. Und ja. Oh, okay, nice, neue Waffe. Okay, Waffen haben wir jetzt, dass wir nur noch nach Spielern suchen. Oh, da ist einer. Der ist da runtergefallen. Was macht der? Ja, easy kill, ne? Oh, ich habe eine Waffe gefunden. Okay, ich glaube, jetzt sollte ich ungefähr alles haben. Gut. Geh mal Wanderers hin. Mach einfach die Wand kaputt. Yeah. Oh, ist da einer? Ich höre Geschosse. Ich weiß nicht. Ich habe gerade daran gedacht, mich hochzubauen, aber das funktioniert ja gar nicht in dieser Season. Aber ich konnte es dann gut schön abstauben. Ist denn der? Ich möchte jetzt nicht einfach rein rushen, deshalb. Oh. Komm schon. Okay, mein Ape. Aber ich habe ihn. Okay, ja. Ich werde besser im Spiel. Immerhin zwei Kills schon. Schmackhaft. Hä? Da ist einer. Oh. Oh, sei der beschlecht. Sei der beschlecht. Ja, Mann. Er muss wahrscheinlich reloaden. Aber das ist keiner bei diesem Spiel, muss ich sagen. Es hat schon Ähnlichkeiten wie Team Fortress. Zum Beispiel gibt es ja auch Random Crits. Die sind ziemlich cool in dem Spiel. Und äh. Ist da noch einer? Ich habe irgendwas gehört. Ah, nice. Wir haben den Chess gefunden. Uh. Uiuiui. Also die Waffe hätte ich gerne. Äh. So. Oh, ein Auto. Ja, Mann. Lass mit dem Auto rumfahren. Hier, warte. Das ist besser. Oh, oh. Komm, lass uns mit dem Auto fahren. Das sieht viel cooler aus. Mit diesem Tigerstreifen. Yeah. Oh, okay. Okay, hat gepasst. Komm mal durch. So. Oh. Das gefällt mir aber so gar nicht, mein Freund. Da, BAM. Oh. 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 Oh, ich werde auch von beiden Seiten angegriffen. Nein, ernst. Okay, einen habe ich. Wo ist der andere? Da. Bleib stehen, Mietze. Ah, nice. Alter, heute läuft es richtig gut. Oh, da ist ein Alpaka. Oder so ein... Dieses typische Fortnite-Alpaka da. Na, mal. Was auch immer. Na. Ah, nice. Oh, ne, Tschüss. Kann man, kann man machen. Kann man machen. Leute. Was sind von Ort? Ich war noch nicht über auf der Map. Das ist ziemlich interessant, hier alles zu sehen. Alter, hier gibt es ja voll viele Chests. Bruder. Yo. Als ob jemand anderes hier schon war. Na ja, gut. Mein Blut jetzt. Oh, da ist er noch. Denkst du kannst ich verstecken da hinten? I am allmighty. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Fächerlich drauf? Doch. Oh, das ist cool. Das ist richtig cool. Oh, da ist er noch. Komm schon, komm schon. Yeah, alter. Ich ranzier, alter. Junge, zau mal mal. Hä, leu, kann man da hoch? Nein, man kann da hoch. War ich hier hoch? Oder lieber nicht? Hallo. Die sind nicht nett. Dann weg hier. Juhu. Mach ich für euch die Style. Boah. Ich kann einfach stehen. Okay, nice. Sie können mich nicht aimen. Okay, jetzt ein bisschen aber. Wie kann das sein, dass ich nur Noobs in der Runde habe? Oder habe ich einfach ein krasser Pro geworden? So, nächstes Auto. Miau. Da war schon Straßen. Oh. Komm, komm, komm. Bam. Oh, shit. Ah. Oh, er hat mich sowas von. Aber I have to low ground. Was willst du tun? Oh, shit. Oh, shit. Er weiß, was er tun will. Was da? Da, da. Nein. Nein. Ja, stopp. Oh. Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ich krieg das nicht hin. Ich bin sowas von tot. Da. Ja. Fuck. Okay, wir waren aber zumindest 8 da. Richtig gut. Bisher mein, äh, bester Standpunkt. Und, äh, ja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und, äh, wenn's euch gefallen hat, dann lasst schön den Like da. Abonniert unten den Kanal. Und seid auf jeden Fall beim nächsten Mal mit dabei, wenn wir dann wieder Fortnite Battle Royale spielen. In der neuen Season, die wird richtig... Ja. Oh. Was ist ein Albtraum? Ich hab Tages eigentlich heute. Bis zum nächsten Mal. Oh Gott. Was ist ein Albtraum? Wie viel Uhr haben wir? Oh. Was ist ein Albtraum? Welcher Tag ist eigentlich heute? Among Us! Among Us! Hey, bro. You just post a cringe. You're going to lose. Subscribe.